Hallo liebe Fans, die Schwierigkeiten der laufenden Saison mit der defekten Kühlanlage bringt viele von uns eine Grenze unserer Geduld. Aber es trifft nicht nur uns Spieler. Wir arbeiten Tag und Nacht, um die Probleme in den Griff zu bekommen und endlich wieder Heimspieler in der Steffel Arena stattfinden lassen zu können. Auch wir Fanclubs haben uns schon auf die Heimspieler gefreut, um unsere Mannschaft lautstark zu unterstützen. Um trainieren zu können, müssen wir momentan um 5 Uhr in der Früh aufstehen, weil unser Eistraining jetzt in anderen Hallen stattfindet. Auch wir absolvieren alle unsere Trainingseinheiten in einer anderen Halle. Was uns aber am meisten trifft, wir vermissen die Heimspieler vor unseren großartigen Fans. Aber gemeinsam, 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 überstehen wir auch das.